hey ho meine lieben freunde und willkommen zurück zu hard reset ja ich habe mich wieder in einer neuen waffenform verliebt wer kann es mir verübeln ist ja wirklich geil ach gott hier so viele gibt es so viele erfahrungspunkte aber ich komme an den überall nicht ran die wollen mich echt verarschen ich fühle mich hier ein bisschen wirklich verarscht das wollte ich gerade gar nicht egal ich wollte nicht diese funktion auswählen auch das habe ich nicht gedacht was ist eine railgun so komm schon komm schon ja aua aua und schießt perfekt und wir haben auf jeden fall wieder ein upgrade jetzt nachdem wir an die ganzen upgrade stations vorbei sind also es definitiv das ist eine richtig geile waffe ich muss mal kurz am bein kratzen scheiße ähm eine richtig geile waffe das muss ich schon sagen dass ist ist die nütz oh gott wir kommen auch nicht mehr zurück heißt auch deutsche haben das hier schon verkackt das ist doch nicht denn ihr ernst wie soll ich denn nee kommen wir noch später hin oder definitiv hallo das ist ja das geht ja gar nicht was war das ach so eine schrotflinte oder testen wir mal ne gut okay munition brauche ich jetzt oh upgrade station geil endlich und ja das ist auch ganz wichtig aber erstmal das hier damit wir noch mehr munition verbrauchen können noch viel schneller die munition verbrauchen können ja gut alles klar perfekt jetzt nützt die waffe richtig was noch mehr als vorher aber ich brauche noch das zum durchwende gucken dann ist das alles optimal kampf effizienz rate 93 prozent hoffentlich treffen wir nicht auf dieses ding ach natürlich treffen wir das ding wird noch behämmerter beschüssener als das andere ding das ding ist ja mal jetzt richtig geil das ding ist ja mal jetzt richtig geil so der mich einfach so eingeschüchtert was kann man da annehmen ich hab mich halt ey echt jetzt Alter ist gut mann jetzt mach ich es mir einfach klar das sind die raketenwerferplätze glaube ich war wir hatten die ein bisschen mehr aus ja ey das ganz ehrlich scheiß auf diese komische maschinengewehrdingens keks scheiße ganz ehrlich das ist doch voll der rotz das ding ist ja oberburner hier nichts ist besser als das teil bisher echt oder ihr könnt mir mal eure meinung dazu sagen aber für mich burnt das ding jetzt hier am meisten bisher so wir haben hier auf jeden Fall noch ganz viel Erfahrung das dürfen wir nicht vergessen nehmen wir mal hier haben wir es aber irgendwie ein bisschen Angst muss ich ganz ehrlich sagen immer noch dieses scheißviewe von was die immer hier reden möchte ich ehrlich gesagt wirklich nicht treffen okay das war schlecht würde ich sagen ich hätte gedacht da geht es lang hm toll achso wieso nehmen wir nicht die Treppen äh ja Treppen ist doch für Loser in dem Fahrstuhl geht er nicht runter die wollen mich verarschen die wollten mich jetzt wegen diesen diese Einstufe sterben lassen ist ich denn hier ernst jetzt kommt hier was dickes ich sehe es schon so viel explosiver scheiß ja komm schon genau das so wollen wir es haben und Gorilla geht down nein geht down alter ich dachte jetzt schon geil oder oh feier also die Waffe ist sowas dann overpowered nein ich sag lieber nicht overpowered weil dann wird es irgendwie noch schwerer ich höre es nicht dass es overpowered ist ich bin zufrieden dann immer wieder irgendwie die dass ich mal wieder im Vorteil bin weil es teilweise ist ja schon wieder so aus dass ich hier keine Chance habe jetzt habe ich mit den Standardwaffen wiederum keine Chance mehr das ist ja echt arm sehe ich mittlerweile ok ok alter stirbst du jetzt mal naja soll ich das zu keiner Massen bekommen sieht das immer noch nein nicht noch von hinten ey scheiße wie geht das ich damit durch die Wände schießen kann geil dann geht das immer noch ah die verbraucht auch dermaßen Muni das muss man mal wieder sagen ich höre mir mal eben mal Muni zum von hinten also natürlich wieder von hinten kam habe ich nicht mit gerechnet ich habe es mir zwar irgendwie denken können aber ach guck mal da das sah haltend aus wie nur ok egal darunter war ja auch was das habe ich gar nicht gesehen scheiße man ey dass man hier immer auch gleich stirbt wenn man da nicht lang darf ach gut ok jetzt darf ich das nochmal machen oh ey ok mach mal platz platz schnell weg hier das wäre von jetzt noch angesägt damit schießen auch schon gesagt weiß das ist geil oh man jetzt ist voll Leben ist noch nicht ganz so voll ok jetzt mache ich es nicht nochmal einfach ey das ist ein scheiß ey jetzt sterbe ich einfach gar nicht hier runter fallen bloß nicht hier ist auf jeden fall eins das habe ich schon gesehen kannst du mal bitte springen springen danke springen achso vielleicht komme ich davon gar nicht hin ja genau von hier aus aber erstmal das hier jawoll ja ich brauche doch wirklich diese eine sache noch denn weiß ich gar nicht achso das ist ja hier draußen guck mal so einfach an toll da war das hier ne ne alles ok hm so ich muss da unten langt wahrscheinlich hm ich hatte unten aber Schritte ne jetzt sind da noch keine Schritte sind Schüsse hm wartet bevor ich das der Aufseher also sieht aus als hätten sie mehrere Modelle entwickelt dieser war für den Kampf bestimmt Entwicklung von riesen scheißkerlen was wie mag das letzte Modell aussehen ich fürchte das werden wir noch früh genug erfahren ich fürchte ich hoffe es nicht eigentlich aber gut ich habe ja immer eine Wahl also kommen wir jetzt nämlich rüber das ist aber trotzdem was wahrscheinlich von hier drüben erst drin und wie zum Teufel oh danke dass ich wieder sterben darf oh Gott ey ich könnte weinen warum kann er auf einmal noch da rüber springen oder da ich drücke ein bisschen nach links und er springt so weit Mann macht er das mich ärgern ach jetzt wollen wir auf einmal nicht das machen wir nur hier ja Mann keine Ahnung ob das die richtige der richtige Weg wäre ich probiere es jetzt mal aus weil das andere ist heute hämmert ich glaube gar nicht dass ich überhaupt hoch soll ich glaube das ist ein kleiner Fehler vom Spiel warum hänge ich jetzt hier darf ich nicht lang ich muss irgendwo hier rüber springen und hoffen dass ich ah jetzt ja komme ich eigentlich wieder zurück ey ich habe keinen Bock mehr diese also manche Rätsel sind so irgendwie behämmert gemacht das verstehe ich hier nicht guck mal hier anders irgendwie dran kann das sein ah hier könnte möglich sein ich kann mir nicht vorstellen dass ich das echt nicht ich hätte wetten können ach Mann das nervt mich jetzt echt und hier komme ich ja so wenig lang ein Versuch noch der Part ist eh vorbei gleich der letzte Versuch Freunde also ich kann machen was ich will ich glipsche da ab naja gut okay wir sehen uns in der nächsten Freunde wieder haha in der nächsten Part wieder ciao Freunde nicht vergessen Freunde mir noch ein Kommi zu hinterlassen über einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr da freuen und wenn ihr auf den aktuellen Stand bleiben wollt dann abonniert mich doch Na ja doch an dann ich ich auch es oder ich dass